Die Digitalisierung geht in die Produkte hinein, geht aber auch in die dahinterliegenden Prozesse. Viele Technologien werden zunehmend zu Dienstleistern. Das heißt also, Automobilhersteller verkaufen nicht mehr unbedingt die Produkte, sondern sie behalten die Produkte, steuern sie selber und bieten lediglich die Dienstleistung Mobilität an. Und der Einzelne mietet sich sozusagen ein Auto oder eine Fahrtstrecke bei Bedarf und anschließend, wenn das Auto dann ihn transportiert hat, wird es weitervermittelt. Und die Idee dahinter ist eben, dass man praktisch das Modell umkehrt. Im Augenblick ist es so, dass ungefähr ein Auto 5% fährt und 95% steht. Und vernünftiger wäre es, möglicherweise es andersrum zu machen, 95% es fahren zu lassen und 5% nur herumstehen zu lassen. Wir hätten dann viel mehr Platz, wir hätten viel mehr Platz für Grünflächen und es würde natürlich auch ökologischer alles sein. Also dahinter stehen schon große Veränderungen, die eben auch solchen Begriff wie Revolution rechtfertigt. Und wie wir eben auch aus Deutschland heraus auf diese möglichen Änderungen reagieren, ist einmal, inwieweit wir bereit sind, solche Veränderungen zu akzeptieren, sie mitzumachen als Benutzer. Aber auch, wir müssen überlegen, wie wir als Anbieter uns diesen Entwicklungen stellen. Ob wir noch unsere Vormachtstellung in der Industrie bei diesen starken Veränderungen auch behalten können. Also ob wir die Anbieter sind für sogenannte Cyber-Physical-Systems. Das sind eben neue Maschinen, die eben hochintelligent, Software massiv unterstützt, übers Internet miteinander kommunizieren. Ob wir nicht nur die einsetzen in unseren Fabriken, sondern ob wir sie auch herstellen. Und da unsere Weltgeltung auch dann behaupten können. Insofern ist es auch wichtig, dass die Forschungsförderung so ausgerichtet ist, dass wir nicht la pour la machen, sondern sehen, dass hier auch sehr starke wirtschaftliche Entwicklungen dahinter stehen. Und die auch eine Forschungsunterstützung benötigen. Wir haben keine Strategie für Innovationen. Wir geben zwar sehr viel in Forschung rein, aber das bedeutet ja noch nicht automatisch, dass daraus auch hinterher Unternehmen und Produkte entstehen. Sondern dann muss man die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung über Anwendungsforschung, über Produktentwicklungen bis hin zum Markterfolg auch ganzheitlich betrachten. Und das fehlt meines Erachtens. Wir hören mit der Forschungsförderung auf. Und dann erwarten wir und hoffen, dass aus diesem Humus etwas wird. Aber das wird nicht mehr so gelenkt, wie das beispielsweise in den staatlichen Ansätzen in Asien passiert. Und das andere Modell, Silicon Valley, wo eben eine Überfinanzierung von Start-ups häufig passiert. Das heißt, die schwimmen in Geld, brauchen erst mal zwei, drei Jahre gar kein Geld zu verdienen, sondern können eben da versuchen, ihre Marktmacht aufzubauen. Und dieses fehlt in Deutschland auch. Wobei ich persönlich, ich habe doch einige Unternehmen selber auch gegründet, zurzeit steuerlich ein Netzwerk von acht Unternehmen, eigentlich nie auf dieses Geld angewiesen war. Das hängt auch davon ab, wie man ein Businessmodell aufsetzt. Ob man sagt, ich will erst mal zwei, drei Jahre viel Geld verbrennen, in die Produktentwicklung hineinstecken. Oder ob ich sage, ich will von vornherein starten mit einem Modell, wo ich auch schon Geld verdienen kann. Also indem ich Services anbiete, die eben noch keine großen Investitionen erfordern und versuche dann eben die Rückflüsse in die Produktentwicklung zu stecken. Also da muss man eben auch vorsichtig sein, wenn man das eine nicht hinkriegt, zu überlegen, ob man nicht ein anderes Modell finden kann, was man aus Deutschland leicht machen kann. Auch die SAP hat nie Venture Capital gehabt. Das heißt, sie hat aus den eigenen Leistungen, die sie am Markt untergebracht hat, auch die Weiterentwicklung ihrer Produkte selbst finanziert. Für die Universitäten ergeben sich Risiken, aber auch große Chancen. Die Risiken sind, dass die großen amerikanischen Elite-Universitäten jetzt ihre Bildungsangebote weltweit anbieten, und zwar kostenlos. Und dann kann man sich überlegen, ob eben ein deutscher Student es interessanter findet, von einer mittelgroßen Universität einen Abschluss zu bekommen, oder eben übers Internet von Harvard oder von Stanford oder von einer der großen amerikanischen Elite-Universitäten. Das heißt also, das Business-Modell ist auch dort so angelegt, dass man nur bei dem Bestehen etwas bezahlen muss. Also dann, wenn man einen Studiengang bestanden hat. Es wird eigentlich das Business-Modell auf den Kopf gestellt. Nicht mit der Einschreibung muss man etwas bezahlen, sondern dann, wenn man erfolgreich ein Studium oder einen Kurs bestanden hat. So, da müssen die deutschen Universitäten aufpassen, dass sie den Anschluss an diese Entwicklung nicht verlieren. Die Chancen bestehen darin, dass sie selber natürlich auch als Produzenten auftreten können, dass sie also Inhalte produzieren können, in solchen Fällen, wo wir in Deutschland also wirklich etwas zu sagen haben, beispielsweise in den Ingenieurdisziplinen, und dann diesen Content, also diesen Inhalt, dann weltweit auch einzusetzen, sodass wir eben auch hier dieses Image, Germany ist ein Engineering-Land, eigentlich dann auch in dieser neuen Form dann verbreiten können. Und zwischen diesen beiden Polen dem Risiko, nicht mitzumachen, und den Chancen, die man hier vielleicht auslassen kann, das ist so das Spannende, was im Augenblick passiert.